Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 28.05.2019. Yo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, schau mal in den heutigen Item Shop rein. Oh mein Gott, ein neuer Emote und der Leviathan ist zurück. Das ist ja unfassbar, das Teil habe ich ja schon fast komplett vergessen. Ey, das ist bestimmt knapp ein Jahr her, seitdem er das letzte Mal drin gewesen ist. Ja, da würde ich mal sagen, fangen wir doch einfach mal auf der linken Seite an. Dann haben wir hier diesen Farm-Ballon. Den finde ich irgendwie total crazy und irgendwie ziemlich cool, muss ich sagen. Kriegt von mir 10 von 10 das Teil. Dann ist der Bright Blimp. Er hat hier ein Voting von 3,93 von 5 bei 14 Votes. Am 19. Februar 2019 ist das erste Mal drin gewesen, seitdem 3 Mal. 10 Reminders, das letzte Mal im Shop. Am 6. April 2019, vor 52 Tagen. Für 1200 V-Bucks der Farbenballon. Dann haben wir den Farben-Bomber. Klassischer OG-Skin. Mega beliebt das Teil. Kriegt von mir 8 von 10. Das ist der Bright Bomber. Und der Bright Bomber hat hier 4,36 von 5 bei 103 Votes. Am 15. Dezember 2017 ist das Mal drin gewesen. Das sind 45 Mal seitdem 218 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 25. April 2019. Das ist genau 33 Tage her. 1200 V-Bucks der Farben-Bomber. Dann haben wir den Farben-Kanonier. Kriegt von mir 7 von 10. 1500 V-Bucks das Teil. Der Bright Gunner hat hier ein Voting von 3,37 von 5 bei 59 Votes. Am 29. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 12 Mal seitdem 86 Reminders. Ja, und das letzte Mal im Shop am 6. April 2019. Die Regenbogenwucht. Mega geile Picke. Kriegt von mir 9 von 10 für 1500 V-Bucks. Rainbow Smash. Rainbow Smash hat hier 4,68 von 5 bei 53 Votes. Am 23. Februar 2018 ist das Mal drin gewesen. 15 Mal seitdem 184 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 25. April 2019. Ja, er war schon Ewigkeiten nicht mehr im Shop gewesen. Der Leviathan. Ich fand den damals schon cool, aber der ist sehr umstritten. Ich weiß, der Herr sofort findet ihn nicht wirklich toll. Ich finde ihn irgendwie cool. Für 2000 V-Bucks der Leviathan. Von mir kriegt er 9 von 10. Die haben ein Voting von 3,55 von 5 bei 109 Votes. Am 15. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Achtmal seitdem 59 Reminders. Der Teil war das letzte Mal vor 252 Tagen. Am 18. September 2018 im Shop. Dann haben wir hier diese globale Hacke mit den Planeten, die da um die Erde kreisen. Das ist ein bisschen komisch. Also, global denken, regional hacken, heißt das Ding. Ja, da bewegt sich die Sonne um die Erde. Interessant, ne? Und die Sonne ist viel kleiner als die Erde. Naja. Joa, das Ding kriegt von mir 7 von 10. Dann haben wir diese Kalmar-Keule. Die finde ich mega, mega, mega geil. Kriegt von mir 10 von 10. Das ist der Squid Striker. 3,44 von 5 bei 9 Votes. Am 22. Februar 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 4 Mal seitdem 9 Reminders. Oh, die war das letzte Mal am 28. April 2019 drin gewesen. Dann haben wir hier diese Planetensonde. Als Gleiter. Kriegt von mir 8 von 10. Datei für 1200 V-Bucks. Das Planetary Probe hat 3,85 von 5 bei 13 Votes. Am 15. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 8 Mal 12 Reminders. Letztes Mal am 18. September 2018 mit dem kompletten Set drin gewesen. Joa, dann haben wir hier diesen Feder-Verteidiger. Dann haben wir hier diesen Feder-Verteidiger. Verteidiger für 1500 V-Bucks. Der Teil ist so crazy. Sieht eigentlich so scheiße aus, dass es schon wieder geil ist. Kriegt von mir 9 von 10. Tender Defender. Ich sag ja, Fortnite macht mich noch auf den total schlechten Geschmack hier. 3,19 von 5 bei 31 Votes. Am 23. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem 60 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 41 Tagen am 17. April 2019. Für 15 V-Bucks. Der Feder-Verteidiger. Das Flattervieh. Würde mir tierisch auf die Nerven gehen. Dieses Geräusch, wenn man es aufmacht. Auf und zu macht. Ne, den Gleiter. Hört sich das so an. Also, das macht dann so geil, wie dieser Gleiter ist. Aber das macht dann keinen Spaß. Deswegen, eigentlich würde ich dem 10 von 10 geben. Aber dieser Sound, der schmälert das. Komm, ich gebe dem scheiß den 10 von 10. Flappy Flyer. Weiß nicht, was heute mit mir los ist. 3,95 von 5 bei 21 Votes. Am 23. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Sieben Mal seitdem 36 Reminders. Der Teil. Das letzte Mal vor 41 Tagen am 17. April 2019 drin gewesen. Ein Schneebesen für 500 V-Bucks. Ja, jetzt soll ich es zu einem Schneebesen sagen. Kriegt von mir 5 von 10. Scramler hat hier ein Voting von 3,29 von 5 bei 7 Votes. Am 23. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem 4 Reminders. Der Teil ist jetzt mal auch vor 41 Tagen im Shop. Dann sind wir hier auch schon durch. Jetzt fangen wir hier unten rechts an mit dem Schlagfertig-Emote. Für 200 V-Bucks. Für 200 V-Bucks finde ich den eigentlich ganz cool. Kriegt von mir 8 von 10. Ist der Punch-Dout und hat 3,17 von 5 bei 12 Votes. Am 1. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Dreimal seitdem 4 Reminders. Das letzte Mal vor 15 Tagen am 13. Mai 2019 drin gewesen. Dann haben wir hier den Dynamo. Das ist, ich finde den so schrecklich. Also die könnte man mir auf den Buckel binden. Und da, ich finde die grausam. Das ist die eingebaute Empfängnisverhütung. Sowas Schreckliches. Tut mir leid. Aber es ist für mich einer der hässlichsten Skins des ganzen Spiels. Ich weiß. Absolut ein Megaschwitzer-Skin. Aber ich hasse das Ding. Wie die Pest. Kriegt von mir. 0 von 10. Wirklich. Ich hasse den Dynamo. Ich hasse diesen Skin. Und bis jetzt auch alle, die den gespielt haben. Sorry Leute, wenn irgendeiner von euch den spielt. Aber das waren also unfassbare Megaschwitzer. 2,58 von 5 bei 64 Votes. Am 20. Juli 2018 das erste Mal drin gewesen. 12 Mal seitdem 43 Reminders. Vor 19 Tagen am 9. Mai 2019 das letzte Mal drin gewesen. Das Ding ist. Horror. Graffiti-Roller. Finde ich eigentlich ganz witzig, der Teil. Graffiti-Roller kriegt von mir 7 von 10. Hat hier ein Voting von 3,23 von 5 bei 13 Votes. 13. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. Zehn Mal seitdem 33 Reminders. Das letzte Mal vor 132 Tagen im Shop am 16. Januar 2019. Der Renegade-Roller oder Graffiti-Roller. Dann haben wir hier den Abstrakt. Für 1500 B-Bucks. Ja. Hals und Graffiti-Sprayer. Teil kriegt von mir 5 von 10, 6 von 10, Abstract, 5 von 10. Hat hier ein Voting von 3,36 von 5 bei 64 Votes. Am 13. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. 14 Mal seitdem 46 Reminders. Letzte Mal im Shop. Vor 8 Tagen am 20. Mai 2019. Der Servo. Finde ich irgendwie ganz witzig. Also was heißt ganz witzig? Ganz cool. Finde ich aber, es sieht von hinten irgendwie nicht so prickelnd aus. Geht von mir 7 von 10 der Servo. Hat hier ein Voting von 4,2 von 5 bei 15 Votes. Am 5. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 8 Mal seitdem 28 Reminders. Letzte Mal am 1. April 2019 im Shop. Vor 57 Tagen. Ja, dann kommen wir zu dem neuen Emote. Den gucken wir uns jetzt mal an. Und ich werde jetzt schon mal... Naja, nee, ich lasse erst mal in meinen... Naja, nee, ich lasse erst mal in meinen... Ja, ihr wisst, ich bin eigentlich kein großer Fan von diesem ganzen Glitzer-Glitzer-Funkel-Funkel-Zeugs. Aber irgendwie finde ich... Also jetzt die letzten Emotes waren jetzt echt ziemlich cool. Aber auch hier wiederum hat jemand bereits vor 4 Tagen ein langes Cut-Video gemacht. Finde ich auch wieder ein bisschen schade. Finde ich eigentlich ein ziemlich cooler Teil der Glitzer. Muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es Bling-Bling ist, gibt es von mir 9 von 10. Man hat hier ein Voting von 4,5 von 5 bei 4 Votes. Jo, jetzt schon 28. Wie meinen das? Mega cool. Gucken wir mal ganz kurz hier nochmal rein. Möchte mich mal interessieren, ganz kurz, wie es da aussieht. Oh, ist ziemlich ausgeglichen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Aber nicht den Kanal. Und schreibt es euch mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir. Den wir in den Mängel-Shot-Heimats-Glitz. Bis dann. Und tschüss.